So silly, da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Folge, juhu. Mal gucken wir hier so an dem vorbei. Ja. Wie weit kommt er runter? Okay. Okay, Nami. Darf ich aber erst speichern? Das wäre ganz gut. So. Oh. Der wächst mal im Kotsunami. So, für die Männlichen wieder, ne? Das ist hier ein ganz spezieller Service, ja? Den gibt's fast nirgendwo. Sollten mit dem reden, oder? Rainbait, es liegt erstlich von hier. Okay, alles klar. Sollte. Naa. Ich habe schon lange Zeit, aber... Vivi, wie ist das jetzt? Sollte. Ich glaube, du bist in der Reine-Base. Sollte. Ich muss nur ein, wenn ich nur ein, aber... Vivi! Bist du schon? Ich werde jetzt gehen, ich werde jetzt warten! Du hast mich geholfen, dass du schon wieder überrascht hast. Du bist wie ein Rüsa, oder? Du musst dich nicht überraschern. Du musst dich nicht überraschern. Okay, wir müssen wieder zurück. Ach, scheiße. Es war auch zu einfach gewesen, einfach geradeaus durchzulaufen. Okay, ähm. Äh, äh, äh. Oh, das sind rote, die sind aber nicht so. Da hinten ist irgendwie noch was. Kann man hier sich eigentlich voll sammeln, also taschenmäßig? Uah. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Was ist das? Ich habe keine Hüßel. Ich habe keine Hüßel. Das ist das Beste. Was war das? Was war das? Was war das? Das ist nicht so! Ich habe keine Hüßel. Ich habe keine Hüßel. Was ist Lüffi? Was ist das? Ich bin hier. Ich weiß nicht, wenn ich dann noch etwas Acer zu fliegen will. Ich habe mich nicht etwas verstanden. Das ist... Nein. Ich habe mich nicht zu tun. Ich habe noch einen Fonds-Ton gemacht. Ich habe einen Fonds-Ton, der Joc und ich bin. Sie sind sehr, sehr leid. Ich habe einen Fonds-Ton, das ist. Ich habe einen Fonds-Ton. dass Acer mit einem Joc-Ton-Ton ist, aber man hat einen Fonds-Ton, dass man einen Fonds-Ton und ein Fonds-Ton hat. Ja! Scheiße! Oh ne! Tja damit die Diebin selber beklaut... Das ist ja toll! Ja! Okay! Oh, das ist das hier, der vorhin ist. Schön, Chopper! Ich weiß, ob ich wo ich bin, wo ich bin, oder? Uh, das ist es so, dass ich mich in der Iwakabe. Ah, komisch, dass wir uns am Feld laufen sehen. Was war das für ein Leben? Endlich. Gefunden. Ja, die schöne Brieftasche. Was war das für ein Leben? Wer? Acer! Acer! Was sind diese Leute? Was sind diese Leute? Hey, ich habe Geld, oder? Was sind diese Leute? Acer! 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 Okay. 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 Zum Glück nicht solche schwachen Gegner. Na, starken Gegner. Easy. Easy! Nani? Yaro te no? Thunderbolt! Tempo! Oh. Sorry. What are you doing? Oh man, guys! Awesome! Yes! Okay. Ah, komm. Da reicht mir nochmal. Tschüss! Eigentlich sollte das reichen. Ja. Sehr schön! Sehr schön! Oh man! Oh man! Thank you so much. Can you do it yourself? Now we're going to do it. What? 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 What are you doing? We're going to help you with the path. It's all right. It's all right. Oh man! Oh man! Oh! Ah! Oh man! Ahhhh! Ahhhh! Okay, sehr gut. Das ist schon mal... Okay, cool. Nami hat auch viel für ihr Geld wieder. Ah, das ist schon mal ein Wasser. Rufi, du hast das? Wo hast du gehört? Du hast einen Käravan gesehen. Das ist eine große Herausforderung. 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 Ahahahahaha, das kann man nicht überraschern. Es gibt einen Schmuck in Albarnas. Das ist die größte Wahrheit. Aber ich habe keine Schmuck in den Schmuck, aber ich habe keine Schmuck in 3D. Ich habe keine Angst. Was soll da noch irgendwann ankommen? Ich glaube, wir sollten definitiv erstmal eine Party machen und dann speichern. Hey, alle! Ich bin bereit! Das ist ja glaub ich ganz sinnvoll. Dann kann Sanji nochmal vielleicht was kochen. Oh! Das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Ob das nämlich irgendwie hilft oder ist das schon mal sehr gut? So, Trickbällchen herstellen. Das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Okay, das können wir wahrscheinlich nicht machen. Okay, dann feiern wir mal die Party! Und wir speichern. Ich denke mal wir müssen zu dem hier. Ihr wollt nach Raybase? Ja. Dann müsst ihr durch die Höhle da vorne. Ganz gleich wie gefährlich jetzt darin ist. Ja, okay. Easy peasy. Moment mal. Okay, dann gehen wir in den K always. Wie schon, ich habe noch wieder in die andere Party. Aber jetzt müssen wir wieder zurückkellen. Das macht mich schon gut. Ja, so weh. Wenn ich wieder nachher B course nicht. Ich gebe das gleich auf. Aber die B ist die B ist die Beste. Wenn ich seid, wenn ich nicht in der Bedeutung bin, Also, wenn ich eine Beste gefluche. Fast als wäre das für ein Bedeutung. Aber ein Beste. Da geht einfach nicht. Okay, fangen wir hier mit der Truhe. Das lässt sich immer an. Muss man den ansprechen? Genau, dann wollen wir mal da rein. Hm. Hab ich das jetzt richtig gesehen? Otter, die da... Ich werde nicht mehr... Ich speichere nochmal. Hab ich das jetzt richtig gesehen? Otter, die da gerade... Ich werde nicht mehr... Oh! Also, hier ist ein Ausland. Es gibt hier eine Anzeige. Hey, das ist ein Problem. Es geht nicht so, dass du hier runterkommst. Okay, cool. Das sind aber auch schon wieder so neue Gegner, ne? Immer neue Gegner hier in dem Game, ähm. Das mag ich nicht sehen. 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 Oh, was du? Das mag ich nicht sehen. Das mag ich nicht sehen. Ich bin ein Mann. Die Schmerzen! Das ist ein Mann! Oh, Freundschaftskettung. Habe ich schon gesagt, dass wir das Spiel eigentlich nichts... Also, eigentlich kann ich ja gar nicht sagen. Es macht mir verdammt viel Spaß, was ich im Leben nicht gedacht hätte. Ich würde am liebsten jetzt alle Folgen zu Ende aufnehmen. Bis zum Ende. Aber die Zeit habe ich leider nicht, deswegen. Ich muss nach und nach aufnehmen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Weil jetzt warten ja auch noch andere LPs und so. Die müssen ja auch noch vorproduziert werden. Und ja, es war ja ganz viel. So, wir waren hier. Genau, dann müssen wir jetzt hier lang. Da hinten ist wieder ein Würfel. Oder sind irgendwelche komischen... Oh, okay. Oh, okay. Das ist ein Zeug. Ich habe eine Reise. Das ist nicht so gut. Sobald er sich nicht mehr auf der Karte hat. Auf der Beteiligung, auf der Beteiligung. Ich weiß nicht, wie immer. Aber der Beteiligung. Das ist eine Frage. Ich bin genau für die Beteiligung. Das ist nicht so gut. Ich bin wirklich auf der Beteiligung. Ich bin der Beteiligung. Wir müssen gucken, dass wir da hinten irgendwie hinkommen, oder? Hier. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Okay, wir gehen weiter. Ja! Hm. Aber umso mehr Dinge umfangen, wir müssen gucken, dass wir die Stufen dann gleich hoch kriegen. Hm. Okay, das auf jeden Fall hinüber. Oh. Yes. Oh. 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 Okay, wir gehen wieder los. Oh. So, wir gehen wieder. Oh. 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 Yes. Was? Oh. And one point! Jetzt erscheinen im Kampf auch auf einmal neue Gegner oder wie? Oder was? Ach Cacuwa, ja. Toll of us, eh. Dole, dole? Oh my god Oh my god Okay cool Mh... Nehmen wir die. Sollte reichen. Yes. Okay, cool. Okay, cool. Mmh... Mmh... Hmh... Mmh... Schi, schi, schi. Sehr schön. Ja, jetzt wird Schopper wechseln einmal bitte. Ganz cool. Schi, schi, schi. Wir sind doch hier so ordentlich drungen. Nudeln mit Grundgesteinsalz. Okay, cool. Schi, schi. Schi, schi. Schi, schi. Schi, schi. Schi, schi. Schi, schi. 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 Ich könnte eigentlich noch mal Futter machen, aber egal. Okay. Speichern. Und ich würde mal ganz sagen, ganz entspannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh. Einen Moment, bevor ich... Ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht's auf jeden Fall weiter. Und, äh... Ja. Ach, tschüss. Ich kann auch einschlafen, solange. Oh Gott. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.